Hallo Leute, willkommen zu meinem ersten 120 Sekunden Koko Video. Ich bin Koko von meinem Kanal, begrüße ich euch, Kleinstadt Koko. Und heute zeige ich euch, wie ich diese Frisur hier Willen bekomme. Das einzige, was ihr dazu braucht, ist ein Haarband, so wie ich es jetzt hier gerade im Haar habe. Falls euch das interessiert, bleibt doch jetzt dran, abonniert mich auch gerne, um weitere 120 Sekunden Koko Videos und natürlich alle normalen Videos von mir super verfolgen zu können. Und ja, falls euch diese Frisur jetzt schon gefällt, gebt mir ganz, ganz gerne ein Dörbchen nach oben, damit ich sehe, dass ich weitere Frisuren-Videos für euch mache. Und ich höre jetzt auf zu reden, jetzt geht's los! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.